Liebe Filmfreunde, liebe Kinder, ich freue mich schon sehr auf das jedes Jahr stattfindende Filmfestival München. Das wird bestimmt dieses Jahr wieder eine besonders tolle Zeit, wo man viele Filme schauen kann. Aber ganz besonders freue ich mich auf den 25.06., wo ich dort nämlich einen kleinen Workshop leiten kann für euch, liebe Kinder. Wir werden uns gemeinsam anschauen, wie ein Film entsteht, wie aus einem Buch ein Film entsteht. Und anhand eines Films, den ich gerade dabei bin, fertigzustellen, Tim Thaler. Das ist eine Geschichte, von der ihr vielleicht schon gehört habt oder sie sogar gelesen habt. Und wir werden uns anschauen, wie aus so einem Text in einem Buch so nach und nach Schritt für Schritt ein Film entsteht. Und dabei kriegt ihr hoffentlich einen Eindruck, zum einen, was das für Arbeit macht und zum anderen, aber auch vielleicht Lust und Laune, so etwas selbst auch mal zu probieren. Also, ich freue mich auf euch und wir sehen uns bald in München. Bis dahin, alles Liebe von Andreas Dresen.